So, ich will mich aber hier noch ein bisschen umgucken. Vielleicht gibt es hier noch ein paar Geister, die geknipst werden wollen. Steinerne Denkmäler, wie diese werden traditionell Wächterstein genannt. Hier sind Zwillinge eingraviert. Sechzies Wächtersteiner sind überall im Dorf verstreit. Stehender Mann! Ich vergesse auch immerhin... Schön wäre es, wenn ich mit... Warte mal, kann ich das nicht wechseln? Einfach so. Es wäre schon cool, wenn man einfach... Die... Hier sind ein Kamerazubehör-Teil sowie etwa das Film. Es scheint die Verbesserung Reflex zu sein. Reflexverbesserung. Wirkung erlaubt dir Geistern auszuweichen. Geistern benötigt keine Aufrüstung, keine... Mit dieser Verbesserung kannst du angreifenden Geistern ausweichen, wenn du im rechten Moment die Webfernbedienung schüttelst. Wenn du eine Verbesserung anbringst, werden Zusatzfunktionen der Kamera verfügbar. So werden Verbesserungen angebracht. Verbesserungen für die Kamera werden automatisch angebracht. Wenn du sie aufhebst, sind sie sofort... Oh cool! Verbesserungen können angebracht werden und entfernt werden. Gut, dass wir uns hier nochmal umgucken. Ich glaube, wir helfen uns vielleicht sogar was von... Was? Das ist eine Laterne. Kann man hier speichern? Hier wird nichts angezeigt, aber man kann hier anscheinend speichern. Jaaa! Kann man! Wir hatten einen kleinen Fortschritt! Und hier brauchen wir einen Schlüssel. Warte mal, hier gibt es doch noch eine andere Tür da hinten. Ich kann da rein! Ich weiß nicht mehr, ob ich das will. Hätten Mayus hier drin? War doch mal was. Nee, hier hat was anderes. Jaaa! Warum bist du noch hier? Ich bin nicht... Wer bist du? Es ist fast Zeit für die Zeremonie. Und du wirst wissen, was das bedeutet. Ich dachte schon, dass du zum... Du zurückkommen würdest, Jai. Du musst mit Sei zusammen das Dorf verlassen. Also, die Zwillinge? Die uns ähnlich sind wahrscheinlich. Sie ist gerade im Haus des Oberpriesters. Wahrscheinlich wollen sie die Zeremonie durchführen. Du musst sie schnell finden. Wenn du jetzt gehst, kannst du sie noch retten. Die Zeremonie beginnt, Jai. Hurry! Jaaa! Jaaa! Want a picture? Not. Myrla. Stop! I- Will! If... if you cant' make it out of the village, come and see me again. I'll try and think of another way to help you. Ja. Vielleicht ist hier was. So, ich weiß, dass wir nach rechts müssen, deswegen nicht schon links. Immer zuerst dahin, wo man nicht hin muss. Also, es gibt ein paar Leute, dann macht das nicht los. Und jetzt ist es, wenn wir uns hier mit den Einrichtungen ausprobieren. Und jetzt sind wir bei derjetten Arbeit zum Geizeputtein. So, ich glaube, es ist das passiert. So, ich freue mich. So, ich freue mich. Kann ich da lang? Ich kann da lang. Nein. Wir müssen hier lang? Aber ich gehe hier lang. Warum? Weil was könnte ich? Wir hätten auch von da kommen können. So, wir gehen jetzt in einen dunklen Wald. Mitten da, wo es Geister gibt. Warum mache ich das? Hier ist ein Schrein. Da müssen wir bestimmt auch hin. Oh Gott! Ich will aber eine Runde drehen. Einfach, weil es könnte hier ja noch was geben. Vielleicht auch Geister, die wir noch besiegen können. Da muss ich aber aufpassen, dass ich nicht... Da muss ich halt aufpassen, dass man mich nicht... Tötet oder so... Bei den Wurzeln durch so alten Bums hat jemand ein Loch gegraben. Sieht so aus, als würdest du so tiefer drinnen in eine Höhle übergehen. Aber ich kenne kaum was. Also kann man noch nicht hier rein. Okay, später kann man. Dann einfach mal wieder hier. Wie kann ich das? Dann können wir hier aufpassen. Und dann schon mal wieder zum Beispiel an. Also kann man noch mal aufpassen. Und dann kann man das hier ja wieder rein. Hey Wasser. Enden diese im Gegenstand mit nur sämtliche LP? Okay. Falls ich Fotos schieße von der Umgebung. Was ist das hier? Die Türen des Schreins sind fest verschlossen. Mayo kann nicht hier entlang gelaufen sein. Das weiß ich! 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 die hineingehen. Kräutermedizin, gut. Ich liebe es, wenn irgendwo Kräutermedizin rumliegt. Ich finde es auch gut, dass man nicht in einem Haus ist. Alter, das ist gleich hinter diesem Ring, da kommt ein Geist raus oder so. Alter, warum gucke ich mir so einen alten, verrunzeltlichen Film an? Wer hat es eigentlich angeschmissen? Hier ist ein alter Projektor. Oh mein Gott, okay. So, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Warum kommen keine Geister? Ist doch okay, ich beschwere mich nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier ist zum Glück kein Geist. Okay. Okay. Dann gehe ich mal wieder. Ohne meine Schwester fühle ich mich irgendwie besser. So verlassen. So verlassen. Dann gehen wir mal wieder runter. Dann gehen wir mal wieder runter. Ich habe da drin. Ich habe da drin nichts gefunden. Es kann ja auch sein. Es kann ja auch sein, dass man hier weiter muss. Okay. 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 Jetzt geht's mir mal wieder weg. Das Ganze geht in die Szene. Ich erkenne etwas auf dem Foto. Da muss ich hin? Was soll denn das heißen? Was soll denn das denn? Das ist eine gedailleiße denn? Das ist eine gedaille Intelligence. Das murder factor! Ihr seid viel angenehmer als die letzten! Also der erste Teil war ja furchtbar. Das war nicht so viel angenehmer als die glue. Es gibt noch einen Wetter. Der erste Teil war ja furchtbar. Der erste Teil war ja furchtbar. Der erste Teil war ja furchtbar. Wieso leuchtet der? Willst du mich verarschen? Hör auf zu leuchten! Du Geist bist doch behindert! Oh Gott! Scheiße! Und ich habe die nicht mal besiegt! Oh Gott! Ich habe was vergessen! Ich habe den falschen Film drin gehabt! Aber es ist okay! Kein Wunder, dass ich den kaum Schaden gemacht habe! Ich tue mal den Film an! Wir haben da genug Fotos! Wenn dann mache ich mal so ein paar! Aber zur Not haben wir ja den anderen Film! Also egal jetzt! Ich hätte einfach nur abhauen brauchen! Den Schaden hätte ich mir gar nicht geben brauchen! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Untertitelung des ZDF, 2020